Musik Hallihallo alle hier mein Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods Wir sind zurück in Wegberg, letzte Folge ein kleiner Baumbrand, na gut das war 2-3 mehr Aber ja, heute beginnt es mit einer Ölspur in Wegberg, Dauheim, Rüttgener Straße Kriegen wir hin? Florent Heinzberg mit 1-4-2-1-2-3-Wiegberg, Ölspur auf der Rüttgener Straße in Dauheim, Ölspur Rüttgener Straße in Dauheim, Florent Heinzberg Ende Das bedeutet, wir nehmen den GW mit ELW, GW, TLF und dann als nachrückende Kraft LF Mal sehen, wie das wird, ich hoffe das geht auf, 1-2-3 Auf dem TLF bzw. LF, ich weiß ja jetzt nicht was es sein soll, ich glaube es ist ein LF Ja, hier steht LF, im Startscreen steht TLF, ich weiß es nicht Naja, auf jeden Fall, das kommt mit einem Öltiger Mindestens 2 Mann, hier 3 Mann, da auch nochmal ein Das bedeutet, wir brauchen mindestens 6 Leute 1, 2, nee da ist gar keine 1, 2, 3, 4 haben wir schon mal TLF kriegen wir schon mal besetzt RW, TLF ist sicher Es kommt noch einer Ja So, du machst Drehleiter fertig Du baust den Öltiger an Oder wie man es auch immer ausgespricht, ich glaube Öltiger, ne? Oder Öltiger Öltiger So, du ELW Du kannst schon mal die Drehleiter rausfahren Du kannst schon mal den fertig machen So, dann fahr mal raus Aber beiseite fahren, weil die Drehleiter brauchen wir definitiv nicht Personal aussteigen lassen An sich könnte ich auch erstmal TLF komplett besetzen Warte mal, wie viele Leute haben wir denn? Es eilt ja nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 theoretisch und einer im ELW hinterher oder was? Genau, und den alarmiere ich nach, falls ich ihn brauche Okay So, Status 3 Blaulicht Du kannst eigentlich schon mal vorkommen Du kannst ja schon mal einsteigen, oder? Status 3 Bei Blaulicht Und raus mit dir 1, 0, 0 Kein Führungsassistenten, kein Feuerwehrmann drauf Er kämpft sich tapfer durch So, und raus mit euch Da muss der erst mal überlegen 1, 2, äh, wie viele sind wir jetzt nochmal? Und ja, irgendwie fühle ich mich heute beobachtet Also ist es heute so Dass meine Freundin hier noch mit dem Zimmer sitzt Und sie guckt mich zwar nicht an Aber ich fühle mich trotzdem beobachtet Das ist merkwürdig Nein, alles gut Ich hab den Timer nicht gestartet Och, Mann Ich hohe was, naja, egal Ich will ja auch bloß ungefähr wissen Wie lang die Folgen gehen Ich hab so überlegt Ich glaube, ich muss 5 Folgen Obwohl ich kann Wochenende nochmal ein bisschen aufnehmen Ja gut Ich glaube, wir brauchen Ja, ich alarmiere Das erste, was ich mache Ist Ähm GW nach alarmieren Ja, ich alarmiere erstmal den GW nach Und Ja Ich brauche GW und MTV Oder was Ich weiß es noch nicht Mal sehen Auf jeden Fall Das erste, was ich mache Ist GW alarmieren Ja, gut Polizei ist vor Ort Abschleppdienst auch Alter, der hat ja Das ist doch keine Ölspur Oder so Benzin, oder nicht Oder so Oder Diesel Oder was weiß ich Was der tankt So Ich würde sagen ELW Postiere ich hier Zur Besprechung mit der Pol Und ja Das LF Startet dann schon mal mit den Arbeiten Und Ja Dann alarmiere ich den GW Nochmal hierher nach Und Ja Hole ich den MTV noch Zur Äh Wegen eventuellen Absperrmaßnahmen Hole ich dann noch den MTV Hinterher Da kommt er Mal gucken, wo er hinfährt Status 4 Status 5 Ja gut Das kann länger dauern Mal sehen, wie lange wir brauchen Jetzt ist es hier unten 1822 Erste Lage Meldung TH Weitere Kräfte benötigt Lange Ölspur mit Verursacher Lange Ölspur Aufgrund der Länge der Ölspur Wurft der Öltiger vorgenommen Verursacher ist bereits Ausfindig gemacht Polizei vor Ort Weitere Kräfte benötigt Nein, schöne Kräfte Verstand So, ich hätte gerne Einsatzleitwagen B-Dienst Das ist meine Den habe ich schon vor Ort Ähm Den GW hätte ich gerne Den MTV hätte ich gerne Und noch einmal die Polizei Anfahrt wird sonderlich Ja, bitte um Serenalarmierung Das Löschzug ist 1 So, wie die Polizei Zu Einsatz steht So, ihr Nein, ich hätte Rechtzeitig aufhalten sollen Egal Status 4 Ich habe mir jetzt noch einmal Die Polizei geholt Auch wenn die hier sind Wegen Absperrmaßnahmen Hier, hier Und hier oben Nicht unbedingt Aber hier so So, an Wegberg ELB 1 1 Von Leischte Riffers-Heinzberg Fahrzeug 2 Hör Wegberg ELB 1 Fahrzeug 7 Hör Ja, die Kermaschine Verständigt Befindet sich auf dem Weg Zur Einsatz Schellbekommen Bin unterwegs Fahrzeug 7 Hör Auf dem Weg Ich würde das ganz gut finden Wenn jetzt hier auch noch einmal Das Ding losbimmeln würde Würde mich nicht mal stören Muss ich ganz ehrlich gestehen Technische Hilfeleistung Bin im Mittelsack So, und du fängst schon mal an So, und ihr rennt da ungefähr Beziehungsweise der eine Sogar noch ein Stück weiter Da werden wir bestimmt Noch mal hinterher putzen müssen Können wir euch mal so vorstellen Ach, guck mal Fast richtig Ja, du kannst direkt hier stehen 1 zu 3 lohnt sich ja richtig Aber ist egal Ist bloß für Abspielmaßen So, so, so So, 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 so Das hört sich doch gut an Also ich persönlich finde wirklich Der Gewi hört sich schön an Sind ja jetzt aus So, hier so ungefähr Ich bin gespannt, wie lange das Bindemittel reicht Bindemittel reicht Ölspür wird nun weiter mit Hilfe Das Bindemittel ist abgestrahlt Also circa habe ich mittlerweile wieder Da ist der MTV Bindemittel Ihr positioniert euch hier Ne, ihr positioniert euch hier hinten Der GW Einmal bitte nach hier Status 4 Ja, auch Status 4 Sehr schön Guck mal hier Nein, nein Och Mann Och Mist Nein Nein, hörst du auf Hörst du auf Och Mann Sind die doof Ihr seid doof Ihr sollt das Hallo Oder hat er kaputt Ach, er hat kaputt Okay Ich sehe es ein Bist du auch schon Status 4 Ja Einmal bitte absetzen Dann hätte ich gerne, dass du Einmal bitte Verkehrssicherung Fahren Dreieck Du holst dir mal eine Lamp Ja, ihr könnt euch Warenwesten anziehen Genau Warenwesten So, du packst das da hin Unfall, Unfall Habe ich auch Öl, Unfall Nö Das ist ja doof Ich hätte gerne Ölunfall gehabt Toll, jetzt steht der da drin Ist egal So, meine Westen Ausrüsten Nicht möglich Haben sie nicht vor Ort Okay Halb so wild Ihr könnt absitzen So Achso X-Höldner-Straße Sehr schöne Straße Muss ich sagen Kenne ich nicht Kenne ich nicht persönlich Natürlich nicht An sich ist das ja ganz gut Dass ich Hier einmal bloß zwei Mann abwechsel Mit Befüllen Die Pole hat es auch nicht Zur Einsatzstelle geschafft So Du fährst Mal Ihr beide fahrt Oder alle drei Ne, einer bleibt hier oben Bitte Genau, dass die hier zu zweit stehen So, dass die hier quasi zu zweit stehen Er fährt Der Gruppenführer sitzt daneben Dass die nach hier fahren Und hier mal ein bisschen absichern So Aufhören Ab nach da Gleich geschafft Sind da bloß zwei Mann drauf gewesen? Naja, ist egal Reicht aus Falls ich nachher noch nachfegen muss Vorne ich stark ausgehe Ist die Kehrmaschine schon da? Ne Schade eigentlich Gehen wir nach da So ungefähr Musst du passen Nenne ich irgendwie kein Gefühl mehr Ich habe mal meine Freundin gewunken Jetzt grinst sie Finde ich süß Jetzt geht er auch noch da rein So Absitzen Du holst mir bitte auch ein Warnreieck Ah, das holt er sich jetzt bestimmt vom LF oder so Aber wir haben es gleich geschafft Da ist die Pol Sehr schön Poli Mansei übernimmt hier die Absperrmaßnahmen Genau Warte das jetzt her? Da Da war das her Leg das mal wieder ab Da Antakta Gut, dann könnt ihr wieder einsteigen Die Pol übernimmt hier Start aus 4 Poli übernimmt Und ihr fahrt wieder hoch zu euren Absperrmaßnahmen Ach ja, ach ja, ach ja Scheiße, jetzt sollte der Mist, jetzt müssen die immer so weit Jetzt müssen die immer so weit laufen Das ist ja auch doof Ist egal So, ihr stellt euch mal so hin Ich wollte gerade sagen, nur ein Polizist Ist ja geil Ist ja geil So, ihr sollt Warnweste erst mal hier Können die da einsteigen? Ne Schade, das wäre cool gewesen Das wäre cool gewesen Du noch da Und du auch Ach, die müsste jetzt reichen Aber müsste jetzt reichen, theoretisch So, denn jetzt Verkehr führen Auf dem Weg Du holst dir deinen Warnblitzer Verkehr führen Ist jetzt ein Warnblitzer? Bitte nach da So, und ihr fahrt nach oben So, ist gut So, der müsste auch gleich durch sein, theoretisch Dann holst du mal noch einen Unfallort absichern Ölspur wird nun weiter mit Hilfe des Öltägers abgestreut und aufgenommen Ja, ja, die ist frei befahrbar Die ist noch nicht erfolgreich abgestreut Noch weiter Gut, jetzt ist sie erfolgreich abgestreut Na, du kannst hier stehen bleiben Du legst den Sack zurück Gut, jetzt warten wir auf die Ja, Kärmaschine Ja, toll Jetzt bringt mir das Auch recht wenig hier Das Hallo? Hallo? Ach du Scheiße, ist das klein Ich muss treffen Ach, jetzt So So Ja, ich melde mich sofort Rüstwagen ist nicht da Du Guck mal, wie schnell die Polizei das gemacht hat Flurian Wegberg 11 LF 20 und Leitstelle Fahrzeug 7 hört Flurian Wegberg 11 LF 20, kommen Sie? Kommen Sie, kommen Sie Fertreiber der Kehrmaschine hat sich bei der Leitstelle gemeldet Kehrmaschine Drift in etwa 3 Minuten an der anderen Stelle ein Auf dem Weg So Sehr schön Mal gucken, ob wir nachfegen müssen Wäre cool, wenn nicht Wenn doch, wäre doof Mal sehen Der Einsatz geht jetzt auch schon 12 Minuten Beziehungsweise sogar drüber Ich hoffe sehr, dass der nichts liegen lässt Weil sonst wird das nochmal mehr Arbeit Aber naja Dann ist das halt so Können wir uns auch nicht drüber beschweren Ne? Wie viele Folgen habe ich jetzt? Eine für Sondag? Drei Folgen müsste ich Also ein Einsatz nehme ich noch auf Ein oder zwei Einsätze Mal sehen Wenn es kurze Einsätze ist Sind nämlich vielleicht auch drei auf Aber Guck mal, das kann ich ja mal ein kleines bisschen beschleunigen Oder nicht Ist das legitim, wenn ich das ein klitzekleines bisschen beschleunige? Weil das ist ja ganz schön Aber so eine Ölspur im wahren Leben ist Eher so Aber hier im Spiel gar nicht mal so schlecht Kann man schön absperren Ich finde die Lampe da niedlich Hol du dir auch nochmal eine Lampe Weil die Lampe Kann man theoretisch auch Auf eine Pylone setzen Ja, cool Lampe Nein, das waren Pylonen Die solltest du nicht nehmen Solltest Lampen nehmen, du Da ist die Kehrmaschine Blitzlampen Pylonen Sehr schön Hat er irgendwo was liegen lassen? Nö, ne? Müsste ja gleich Ja, guck mal Sehr schön Status 5 Kannst wieder einpacken Weg damit Du kannst auch aufhören den Verkehr zu führen Denn da kommt gar kein Verkehr Und das hoch Wegberg ELW Von Landstelle kommen Einsatzabschlussmeldung Längere Ölspur Ölspur Mit Hilfe von Ötiger abgesteuert Anschließend durch Kehrmaschine Das Bindemittel aufgenommen Einsatzende für die Feuerwehr Wir fahren die Wache an Kommen Genau so richtig Oh, kann ich die gar nicht? Kann ich die gar nicht? Doch, der kann Nur der, der es gemacht hat Oder was? Goodie Das schon mal aufnehmen Fahrzeug nicht Jetzt fährt er erst hoch So, ihr könnt aufsetzen Ich brauche nochmal den Maschi Den Maschi Ist Oder ELW Oh, der kann schon abhauen Parken Der Maschi muss nämlich noch Gerätefächer schließen Alter, ernsthaft? Zack Muss ich jedes einzeln nehmen? Das ist ja kacke Das ist ja doof In welcher Mod war das Wo die alle auf einmal Einen sammeln? Ich weiß es nicht mehr Habe ich auch gerade erst gespielt Fragt mich nicht Bitte, liebe Freunde Fragt mich nicht Den kann ich nicht mehr Kannst du die? Nein Lass ich den da stehen Passt schon Alle drin? Ja Parken Rettung Erkulenz NEF1 Parken Sehr schön Erkulenz NEF1, komm Aufsitzen Aufsitzen Daher können die Ansätze bitte verhalten Und ohne Sonderrechte anfahren Erste Befond So Die ist nicht gesetzt? Ist ja geil Parken Parken Gucken Gut Dann Aufsitzen Was passiert wenn ich da spreche Das will ich gerade mal ausprobieren Sorry Sorry Auf den Weg Fahrzeug 14 hört Gibt wahrscheinlich nichts Weil die doof sind Fahrzeug 5 hört So Ihr auch Status 1 Und parken Aber ich hätte hier gerne noch den Status 5 gedrückt Geht aber nicht Schade Kann ich schon rüber wechseln? Ja Gut meine lieben Freunde Das war's für diese Folge Meine Freunde Ist jetzt eingeschlafen Ist ja süß Gut meine lieben Freunde Bis zur nächsten Folge Wir sehen uns Haut rein Und Tschüssi 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 Gott